Du hast eine... Ah, der Städte ist dran gekauft. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Altes Live, mal wieder mit mir. Und Jan, du darfst gerade mal den Plan für heute erklären. Okay, unsere Ziele für heute sind erstmal, sagen wir mal, eine LKW-Lizenz kaufen. Dann mietet sich, sagen wir mal, einen LKW und wir verdienen ganz viel Geld mit Kupfer. Sobald wir nicht überfallen werden. Ja, und ich... Ne, ich hab meinen SUV mitgenommen, weil ich hab mir... Also wir haben jetzt ein bisschen gefarmt, beide. Ich habe 150K, sagen wir mal, hat 300K, äh, mit Delivery Machines. Ja, genau. Und das war halt total langweilig. Ja, das haben wir jetzt nicht aufgenommen, weil ich mein... Wir haben ein bisschen was aufgenommen. Also so zwischen mir halt so... Ja, die sinken, Alter, die Leute, die... Also wir haben zwischendrin mal so lustige Augenblicke aufgenommen, wenn wir zum Beispiel von Rebellen angehalten wurden oder so. Das kommt wahrscheinlich in einer Folge zusammengeschnitten davor. Ja, und halt vorne am Anfang. Oder so, ja. Entschuldigung. Und ja, jetzt würde ich ansagen, fahr mal los, gib ja's. Fahr mal los, warte mal kurz, ich muss mal schnell den, ähm, Lizenzhändler markieren. 338 Meter von uns aus. Ja, okay, das ist erstmal ein ATM, war ja, klüger. Mhm. Äh, dann... ATM, ich mach Lizenzhändler markieren. Oh, da ist was explodiert. Ich hör's ja, wo? Ich weiß es nicht. Aber hinten beim Pfirsichfeld. Ähm, wenn ich ein Steuerung Maus klick, weil ich andere Maustaste... Genau, jetzt hab ich mal ein GPS auch offen. Dann fahren wir mal. Ich hatte auch mal ein GPS. Das waren schöne Zeiten. Kannst du den GPS wiederholen? Ich würde mir... Oh, Cops. Alter. Wir fahren drei Meter schon so in den Kopf, da. Alter, wie die bei mir mitmachen. Die machen echt bei mir krass kranke Gräuze. Ah, da fahren sie. Die machen bei mir... Alter, die machen bei mir wie Orchester. Ja, ich weiß, das ist oft so. Also rechts ist frei, links ist frei. Okay, auf deinen Ort vertrauen jetzt mal. Dein Hub mal und fahr los. Lollolloll, wir sind schon auf der Straße. Ja. Tja, krasser Desick. Krasser Port. So. 312 km. Bald 313, wenn ich noch einmal bekomme mein Gehalt. Okay, gut, jetzt halt mal. Ja, ja, ja. Oh, Flitz-Megnergast, da gab mir einen Dollar. Gagascheiß. Nicht nur einen. Was, wenn ich das, da gab mir einen Dollar. Oh, lass mal Bankversicherung holen. Ha, ich hab dran gedacht. Äh, ist vielleicht klüger bei 150 BZW 300 km. Ja, ha, ha. Glaubst du, ob ich hier zu dem ATM-Fahrer? Äh, krasser, äh, ja. Bei mir wackelt das Auto zu... Bei mir nicht. Äh. Es scheint gerade gegen mal was gefahren zu sein. Ich hab's gesehen. Äh, wirklich nicht. Oh, du bist, ja, du bist gegen den Baum gefahren, anscheinend. Ich hab den Baum nicht mal berührt. Ja, bei mir auch nicht, der Baum ist auf rumgefahren. Scheiß Baum. Ja, aber ich will nicht zu dem ATM, dass du eingebunkert, da könnte ich nicht mit dem Auto vorfahren. Ja, ich hab ein bisschen wenig Frames, so um die neuen. Ja, ich hab ein bisschen wenig Frames, so um die neuen. Mit Pius, jetzt komm mit, ich hab mich korrekt, ich hab nur 30 statt 40 Frames. Ja, na, 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 na. Ohne Spaß, 30 Frames ist eigentlich voll die Ausnahme. Ich hab mir Videos von anderen YouTubern angeschaut, so Piusmeet und Mundai und so. Die haben auch alle nur 20 Frames. Ja, das kann sein. Jan, bewegt dich. Ja. Äh, so. Ähm. Okay, gut, dann bitte ich sie auszusteigen. Wenn du schon uns gekauft hast, auszusteigen. Wie viel soll ich mir holen? Wie viel kostet die 10? 10... Ich weiß gar nicht, wie viel denn diese Lizenz kostet. Ich nehm einfach mal 30. Ja, nimm dir einfach mal 30K mit. Ähm, ich hol mir eine Bankversicherung und... Wollen wir mal kurz, wie viel Dinger hab ich... Äh, mach das Auto auf, ich hab Angst. Ja, wollen wir mal kurz, ich muss noch... Ich bin mit 30K lauf jetzt rum. Ich muss mir noch ein paar Toolkits holen. Dann hebe ich mir mal 5K. Ja, 5K, mach auf. Ja, chill mal 5 Minuten, ey. 5 Minuten chillen, dann krieg ich ein neues Gehalt. Yay. So. Bitte steigen sie ein. Da, gib Gas. Abschließend, Gas geben. Ja, aber irgendwann kurz, ich muss noch den Lizenz-Händler markieren. Ich kann dich leiden. Da fliegt krass ein Heli. Ja. Wo ist der? Ich fähre ihn aber, ich sehe ihn nicht. Da ist der krass über uns und geht runter. Oh. Plötzlich da oben. Ja, gib Gas. Ja, ich geb Gas. Sieht wie ein Polizei-Heli aus, aber ich bin mir da nicht sicher. Ja, mein ATM. Äh. Fliegt krass komisch. Alter, ist der laut. Ja, da ist ganz schön krass laut. Samuel. Ah, ja. Ähm. Du hast ja gesagt, du hast die Einstellung schon fast auf die Hälfte für Sound. Ja. Das ist nicht fast die Hälfte. Das ist gerade ein Viertel. Oh. Ja. Und vor allem, wie schon gesagt, Direct Communication läuft über, ähm, Effekte. Ja. Los, los, los. Das ist gar, gar. Das ist gar. Wie du im, äh, Vehikel-Chat redest. Ja. Aber ich hab immer Direct Communication an. Na, nicht immer. Social. Schreib. Ja, eben, wenn du geschrieben hast, äh, dann musst du auch darauf achten, was du wechselst. Ich glaube, normalerweise ist es halt verbogen. Was? Im Side-Chat zu reden. Ja, ja. Lass mich raus. Ja. Chill dein Leben, Alter. Steck aus. Nein, chill dein Fußball. Ne, das ist ja mein Spruch. Oh, haha. Nein, ich darf sagen, chill mal dein Leben. Und der SUV sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. Äh, LKW-Lizenz 35k. Ho, 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 ho. Wie viel hast du dabei? 32. Soll ich dir mal 3 geben? Na, gib mir, gib mir ja 2,1. Das müsste schon reichen. Okay, gut, auch mal kurz. Dann gehe ich jetzt auf Z. Und wie viel brauchst du? 2,1. Also 2,100. 2,150. 2,150, also. 2,150 an Flins Mega Negar Store geben. So. Jo, hab genau 35k. Fuck, das ist extrem teuer. Hätt ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das kostet nur 10 oder 20k höchstens. Fluglizenz, Fluglizenz, 25k. Alter, ich hab jetzt eine Fahrlizenz, eine Bootslizenz, eine LKW-Lizenz und eine Kupfer-Varbeit. Das ist gerade hell geworden. Ich steh'n sie ein. Sitz' ich jetzt hinten? Nein, du sitzt vorne. Okay, warte mal kurz. Jetzt gehen wir mal zum LKW-Händler und schauen mal, wie viel so ein Ding kostet. Ich muss noch schnell zum Generalist da. Brauch Toolkit. Hab ich eigentlich eins? Keine Ahnung. Hab jetzt nicht geguckt. Egal. Ich hab nämlich keine mehr. Kannst ja jetzt auch noch I drücken, glaube ich, oder? Nein, im Auto kann man das nicht. Ah, okay. Ups. Karte. Okay, es ist... Rechts ist frei, links ist frei, wenn wir keine D-Sync... Oh, alter. Wahrscheinlich nicht so. Wenn wir keine D-Sync haben. Jetzt hab ich genau Null dabei. Null. Warte, steig einen Moment. Jetzt will ich dir eins geben? Nicht genug fällt. Jan? Jan? Sorry, wir kommen zu AFK. Ich weiß nicht, ich kann nicht fahren. Ja, ich weiß. Oh, Leute, hast du auch ne durchgezogene gelbe Kette? Nein. Dir schnicks gut. Hörst du mich? Nein. Okay. So, sag mal, ich schließe dich mal ein. Nein. Da würde ich nirgends... Da würde ich nicht rauskommen, oder? Nein, du kommst nicht raus. Nein, du kannst das Auto auch nicht klauen. Warum? Ich sitz im Auto drin. Ja, du kannst aber nicht auf ein Fahrressort drüberrutschen. So, ich habe jetzt... Z... Ich habe jetzt noch 210 Euro bei. So. Okay, jetzt... Hast du da schon gekauft? Ja, ich hab mir schon gekauft, genau. So, ich dachte, wegen mir hast du so wenig bei. Ne. Hast du schon ne Lizenz für LKW? Ne. Brauchst du keine, oder wie? Doch. Dankeschön. Ne, jetzt sitz ich hinten dran, schau mal. Teil. Jetzt habe ich mich nach vorne geportet. Ja. So, okay, dann fahren wir jetzt die 900 Meter. Wo ist der? Wo geht... Wo, 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 wo hin? Äh, süd... Ne, halt doch. Ost-südlich. LKW Hedler, ja, ja. Ich sehe es hier. Ost-südlich. Südöstlich. Südöstlich, genau. Fahren wir 900 Meter. Ich bin da schon mal lang gefahren, nur um zu gucken, was da so ist, alles. Ist da öfters mal jemand, der wegstehen will oder so? Boah, ich hab' stammelt. Ähm. Ich glaube nicht, dass es beim LKW-Händler einer ist. Ich glaube nämlich, dass es ein Safe-Star und die Händler. Was ist die LKW-Händler und so? Brauchen wir dafür Geld, oder geht es vom, äh, Konto? Was? Dass das LKW holen. Äh, ich... Ne, ich glaube nicht, dass das vom Konto geht. Dann lassen wir uns schnell vorm ATM fahren. Okay. Oh, halt, falsch Richtung. Warte, ich markier mir ein, ich markier mir ein. Ich markier mir ein, ich markier mir ein, ich markier mir ein. Richtige Richtung. Ein krachanker Haus. Richtige Richtung. Fahren nach rechts oben. Einfach geradeaus fahren. Ich weiß schön. Was? Ich weiß schon, wo wir lang fahren müssen, aber nur mein... Wie heißt denn das Ding? Mein GPS falsch gedeutet. Okay. Äh, eine Frage. Wie viel kostet das dann? Was? Äh, fahr weiter. Vielleicht gucken, ob die Straße frei ist. Ein LKW zu mieten. Also ich schon sagte, äh, kleinste... Als ich damals geguckt hab, hat der kleinste 10k gekostet. Mieten. Mieten. Okay. Mieten ist so lange, bis wir vom Server runtergehen. Genaau. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht gekickt werden. Genaau. Also zumindest bis wir die 10k drin haben. So. John Bateman wurde getötet. Oh. Oh, Sammy. Sammy. Sammy, du hast getrennt. Sammy. Was? Nein. So, ich hab jetzt 12k bei. Okay, dann steig mal ein wieder. Bin drin. Ja, dann fangen wir mal, oder? Carl, wer... Ähm, bei unserem Dingens... Was weiß ich Dingens... Bei der A3 Deluxe Edition ist halt eine ausgedruckte Map bei. Von Altes und Stratis. Und die, äh, Kontensteuerung. Ja. Aber die hat mir nicht geholfen bei der Map. Was? Auf der Map... Also da steht nicht drauf, wenn man sich auf der Map einen Punkt setzt. Oh, also auf der Steuerung. Ja. Ich find die Map ganz cool eigentlich gemacht. Das ist echt voll cool. Das sollte es für Battlefield in alle Maps geben. Wäre cool. Stimmt. Wäre ein bisschen hobbylos. Hier, Stratis. Republik... Äh, die ist groß. Jetzt hab ich die so vor mir liegen. Nein, hier steht Stratis. Na gut, Altes End Stratis. Nein. Stratis ist auch drauf. Ist beides drauf. Aber Altes ist eh die größere. Als es das... Mach... Ich mach jetzt einfach mal ein Bild und schick's dir. Per Handy. Sag mal, ich hab die Map auch. Okay, dann mach ein Bild und tu's einfügen. Ah, Jan, wo wirst du lang? Ich fahr ein bisschen offroad-mäßig. Ja, du hast gerade irgendwo schon gefahren. Oh, wow. Sag mal, ich bin mit der Karre letztes Mal geschanzt. Ja, okay. Also, ähm, während einer Delivery-Mission war das halt, wir sind gefahren. Hast du's aufgenommen? Ne, wir haben's vergessen aufzunehmen. Wir waren so, wow, und wir haben's dann voll verpeilt auf dem Slide. Ja, das stimmt allerdings. Weil da kam uns ein Quad entgegen und der... Das hat ein bisschen gedesinkt, da bin ich ausgewichen. Hab ich die Kontrolle verloren und wir sind über so eine kleine Mauer geschanzt. Und die Karre ist noch gefahren. Ja, die waren nur ein bisschen engine-engine-bisschen kaputt und Reifen-bisschen kaputt. Nein, also, das hat nichts angezeigt. Das war einfach nur ein bisschen langsamer. Nein, bei mir hat's was angezeigt. Sag mal, das kann man dir gar nichts anzeigen. Hä? Ich hab das Auto gefahren. Wir sollten dann bei dir was anzeigen. Stimmt auch wieder. Ich bin ein bisschen retarded heute. Ein bisschen, weil ich weiß, ich kann da nicht durchfahren. Vielleicht... Und schreibt mal bitte alle Besserungswünsche in die Kommentare. Pius hat's voll erwischt. Ja, stimmt. Pius ist leider, leider krank. Es könnte sein, dass es echt eine ernsthafte Krankheit hat. Und zwar nicht nur Dämmlichkeit. Na, Scherz, Pius. Ja, dass du siehst. Gute Besserung, gell? Hm. Ich pack das mal wieder weg. Bevor wir irgendwas machen, muss ich es schnell wegpacken. Komm ich auch. Ich finde die Arma-3-Karte auch so cool. Also, die, 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 die... Die Kredit-Karte. Sag mal, du kannst aussteigen. Oh, Leute, ich kann aus dem Auto hier den Truck Shop bedienen. Truck Shop. Ja, der Kleinst... Der Kleinst kostet immer noch Mieten. 9,9 K. Truck Boxer. Truck Shop. Oh Gott. Äh... Oh, sag mal, sag mal. Sag mal, du kannst dir schon so einen Samark Transporter mieten. Für all... Äh, kaufen. Kaufen. Für all dein Geld. Nein! Sag ich, lass mal Leute da ein bisschen Geld machen und wir... Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hab 270. Ich kann. Gut, du hast 10.000 im Inventar. Ja, dann... Sehr gut, lass mal ein bisschen Geld heute machen und dann... Also, jetzt den Bugs der Mieter in weißer Farbe. Weiß oder Rot? Kannst du dich ja aussuchen. Im Rot. Aber ich mach Mieten. Ja, natürlich Mieten. Du hast ja kein 100k bei, sondern nur 10k. Ohoho. Du hast einen Vor- Ah, der steht jetzt dran gekauft. Wie viel Inventarplatz hat er? Ich glaube 100 oder so. 160. Ohoho, Alter, und Spaß, der hat doppelt so viel wie so ein SUV. Nicht so wie so ein SUV, der hat nämlich 60. Oh, Alter, ich hab hier keine Sicht. Ich hab nur dieses fette Ding im Visier. Na geil. Aber kurz dann... Ich muss schon nach hinten. So, wir müssen jetzt lang. Wo fahren wir hin? Äh, Kuffer vorkommen, würde ich sagen, oder? Soll ich vorfahren? Was meinst du? Ja, ich fahr mal vor. Ich markier's mir trotzdem mal. Wo geht's denn her? Ist das oben? Ist das oben? Äh, nee, das ist direkt daneben. Das sind 800 Meter, 600 Meter. Achtung, Sammel, ich fahre an dir vorbei. Achtung, links. Alter, der rollt ja ewig lang. Lass mich mal ein bisschen, lass mal ein bisschen langsamer fahren, weil ich weiß nicht, wie ich sie bist steuern. Fahr du mal ein bisschen voraus. Ja, oh, da kommt ein Heli. Ich höre ein Heli. Der ist voll nicht schwer, der ist viel leichtfüßiger, also. Achtung, Sammel, Achtung, ich halte an, ne? Weil ich das, dass du mich reinfährst. Also, ich spiel dann so den Lockvogel mäßig. Ich werde dann beim Händler vorfahren und gucken, dass die mich nicht umfahren. Weil Sammel weißt, was wir vergessen haben. Ja. Ähm, dann guckst du dich halt mal hier am Straßenrand an. Du fährst schon mal vor. Wir haben nämlich vergessen, Spitz abzukaufen. Nein! Ich kaufe mal zwei Stück. Ähm, ATM. Der führt sich eigentlich voll geil. Aber die Hupe ist schwul. Alter, hier ist eh extrem laut. Alter, alter, alter. Ja. Ich fahr mal hier querfeld ein. Ja, du hast kein Toolkit bei, würde ich nicht machen. Obwohl, ja doch, da kommst du eh hin. Nee, querfeld ein halt die Straße querfeld ein. Das ist eh nur so eine Abkürzung da vorne. Ja, da kommst du eh hin. Alter, wenn ich jetzt... Der Brems, der ist... Der ist echt leichtfüßiger als ein Limo. Das ist krank. So, ich stehe ja schon auf der Straße. Ach, du bist da links. Ich bin da rechts von dir. Ja, ich fahr jetzt erstmal zum ATM, hebe mir ein bisschen Geld ab und dann kaufe ich uns. Ich habe genau noch 2.000 Ender dabei. Ja, ich... Ich habe nämlich nur 2.000 bei. Also habe ich mir jetzt das ATM markiert, da fahr ich hin, heb Geld, geh zum Market, kauf uns Bitser und komm dann wieder. Und du kannst in der Zeit da... Umstehen und schön aussehen. Das krieg ich an. Das ist nicht so schwer. Eingebildet. Hochzeén. Nein, Hoch Samuel. So eingebildet, als Samuel schon eigene Zahl ist. Oh, oh, okay. So, okay. Ich habe ein Drittel der Frames von flüssig Sechs oder wie? Äh, acht oder wie? Sechs, genau so, es muss sechs sein Ein Drittel von 24 ist sechs Entschuldigung, ja, ich habe nicht nachgedacht Du kannst nicht rechnen Ich musste jetzt mal an dieses Ding denken Entschuldigung Und was, was, ich habe, ja, liebe Freunde Keine Ahnung Nein, an Samuel ist eine Mathe-Logik Ach so Samuel, du kannst ja ein bisschen erzählen, während ich herumkaufe Also, ich habe gesagt War das das mit dem Notenschnitt? Genau Ja, ich habe nämlich gesagt Ich habe mir doch in Rot geholt Irgendwie hat es weiß gemacht, na egal Ich habe mal gesagt Ich hatte bis jetzt noch keinen Schnitt von schlechter als zwei in der Schule Angeben Äh, nein Auf jeden Fall war es so, dass wir irgendwie was von Schnitten hatten, ja Und ich dann halt so Äh Was habe ich gesagt, genau Wenn ich in jedem Fach eine zwei hatte und in einem eine eins Dann habe ich einen Schnitt von besser als zwei Und das fand ich dann halt extrem belustigend Das ist so, man steht auch Ja gut, man steht auch Und das ist so, weißt du, wie du hast auch gesagt, dass du ernst Also wenn ich Wenn ich in jedem Fach eine zwei habe und in einer eins hängen Besser als Wenn ich in einem Fach eine eins habe Dann bin ich theoretisch besser als zwei, oder? Und das war so geil Dann willst du noch schnell beim Market vorbeigehen und zwei Flaschen Wasser holen und ein bisschen Hasenfleisch? Ich fahr eh beim Market vorbei Ich muss ja die Dinger holen, ich würd sagen Äh, ich brauch wieder Mein Gott Guck mal, meine Logik ist echt Bombe, würd ich sagen Ah, ja, ja Also in DayZ würd ich jetzt sagen, dass du die Steine stellen, dann werden wir nicht nass So um den Dreh, ja Obwohl, wenn's nicht regnet Ja gut, das regnet den nicht Außerdem werden dir die Sachen ja nicht nass Äh, ja Ja, nicht auf anmerken, ich habe ein Toolkit dabei Du hast ein Toolkit dabei sogar, geil Irgendwie, irgendwie wird mein Inventar nie resettet, also mein E-Inventar Das wird auch nicht resettet Okay, weil ich hab immer ein Toolkit dabei Außer halt Waffen, die du da kaufst, die werden resettet Zumindest auf dem Server Okay Ey, es gibt auch, es gibt auch für den, für Arma 3, gibt's ein geiles, da gibt's King of the Hill als geile Mod Echt? Cool Ja Ich hab überlegt Na ne, das sag ich jetzt nicht Da kämpft man halt um die Vorstellung im Kavala, so, Konkurs-mäßig Nice Wo fahren wir dann als nächstes hin, oder fahren wir dann zum Händler, oder? Zum Kupferwerk, ja, erstmal, sag mal Wo ist denn der? Es ist ungefähr nördlich Kupferwerk Genau, Kupferwerk Junge, erst zum Werk und dann zum... Alter, das ist so kompliziert Voll kompliziert, drei Stationen musst du abklackern, Alter Ja, das ist sechs Kilometer von dir Ja, das ist auf dem Drei Alter, die Schlange, die will ich mir jetzt mal genau angucken Die Schlange des Todes... Wusstest du, dass die Schlangen hier teilweise die Tür aufmachen? Nein Ist mir auch noch nie passiert Ja, mir auch eigentlich noch nicht Jetzt, Heli irgendwo Nice Ja, aber Spaß Ja, ich bin mir auch noch nie Vollhe Ruhe hat gerade ein hohes Wertsteigerung Eine hohe Wertsteigerung Eine hohe Wertsteigerung Das ist nicht genug Geld So, okay, warte mal kurz, dann kann ich mal noch einen Apfel Ich hab nicht genug Geld, okay Wie viel Geld hab ich denn noch bei mir? Ah, genau 30 So, dann geh ich jetzt mal wieder zurück Alter, Spaß, der ist, wie sieht so geil aus Ja, da, Truck ist so richtig hässlich Guck dir dieses Zeichen an, das ist voll die BMW-Verarsche Guck mal, was es meiner für ein Zeichen hat Alter, Spaß, hier geht gerade voll die Alarmanlage von dem Auto ab Also nicht von meinem Auto, aber von einem anderen Auto Was ist das dir, Alter? Was ist das für ein Zeichen? Das hört sich voll krank an Sieht aus wie ein VW-Zeichen Nur mit V Was ist ein VW-Zeichen mit V? Also, sieht aus wie ein VW-Zeichen, dieser Kreis Und dann halt nur ein V drin Und das V sieht aber auch aus Wie wenn ein E einmal richtig umgeschrieben wird, einmal spiegelverkehrt Bugatti-Zeichen? Naja, Bugatti-Zeichen sieht anders aus Ja, aber ähnlich Ja, ähnlich kann sein Aber der LKW von Bugatti War voll geil Ja, aber, Alter, der für die Luxus Ich glaub ja auch 160 160, so 990 Meter, sag mal Okay